Wieder einmal herzlich willkommen zu einem neuen Webinar der Solid-Gruppe und goldsilbershop.de. Mein Name ist Markus Blaschzock, ich bin Chef für Gründung bei Solid und Gründer von Blaschzock Research. Heute sehen wir uns den aktuellen Lager am Gold- und Silbermarkt an. Der Gold- und Silberpreis sind massiv angestiegen. Die Rallye geht jetzt seit fast zwei Monaten. Gold konnte in dieser Zeit um 200 Dollar ansteigen. Die Konsumentenpreise zeigen den stärksten Anstieg seit 13 Jahren, seit 2008. Und diese steigenden Preise versetzen die Investoren und Fondsmanager in Angst, denn steigende Zinsen fürchten sie wie der Teufel das Weihwasser. Dann werfen wir einen Blick auf das Angebot und die Nachfrage am Platin- und Palladium-Markt. Dann einen kurzen Blick auf den Crash am Kryptomarkt. Die Kryptowährungen hatten ja im letzten Jahr viel Beachtung vom Goldmarkt abgezogen, haben in Bitcoin investiert. Und wie reagieren die jetzt, wenn der Bitcoin crasht und womöglich in einen neuen einjährigen Bärenmarkt übergeht. Zum Schluss wie immer heute die aktuelle Chart- und Terminmarkt-Analyse zu den Edelmetallen. Hier sehen wir nochmal den Gold-Future und den Silber-Future. Silber am Widerstand bei 28 Dollar. Der Goldpreis mittlerweile bei 1.882 Dollar. Etwas über dem Widerstand bei 1.870 Dollar. Sollte dieser Widerstand fallen, wie wir noch zum Schluss sehen werden, dann wäre sogar Luft bis 1.960 Dollar erstmal, bevor dann eine Korrektur einsetzt. Also der Goldpreis konnte in den letzten 2 Monaten deutlich anziehen und Silber wieder am Widerstand bei 28 Dollar. Und sollte der Widerstand bei 28 Dollar jetzt schon überwunden werden, würde das weitere Potenzial nach oben freisetzen. Doch wie wir am Ende des Webinars noch sehen werden, sind die Corddaten mittlerweile schon sehr, sehr schlecht für Silber. Weshalb man jetzt auf den Widerstand bei 28 Dollar achten muss. Ob hier der Anstieg nicht jetzt erstmal kurzfristig zum Erliegen kommt. Platin und Palladium zeigten sich in den vergangenen beiden Wochen hingegen ziemlich schwach. Sie kamen beide unter Druck. Hintergrund sind die Diskussionen über ein mögliches Tapering, steigende Zinsen und eine Abkühlung der Wirtschaft. Weshalb Investoren erst einmal an wichtigen technischen Markengewinne mitnehmen. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren wieder bei 1,64%. Und auch die 10-jährigen Bundesanleihen sind kurz davor, wieder positiv zu rentieren. Das alles ist schlecht für die Wirtschaftsentwicklung. Niedrige Zinsen versuchen die Notenbanken erstmal noch beizuhalten. Aber die Inflation drückt die Zinsen nach oben. Wenn die Staatsanleihen erstmal in dem Bereich von 2-3% notieren und das über längere Zeit, dann werden sich viele Investoren überlegen, ob sie nicht doch besser den Aktien- und Anleihenmarkt verlassen, um in Gold zu investieren. Denn bei steigenden Zinsen ist weder am Aktienmarkt noch am Anleihenmarkt eine gute Rendite zu erwarten. Die Aktienmärkte könnten unter Druck kommen. Wir sehen insbesondere hier in der Nasdaq ein doppeltes Top. Das Momentum hat abgenommen und nach diesem massiven Anstieg, den Sie hier sehen, beispielsweise beim S&P 500, von einem Tief bei 2.200 Punkten auf 4.200 Punkte innerhalb eines Jahres über das Vorkrisenniveau. Und hier ist eigentlich mal eine Verschnaufpause mit starker Rücksetzer kurzzeitig zumindest möglich und womöglich nötig. Und das könnte in den nächsten Wochen bevorstehen. Und die USA drucken weiter Geld. Sie müssen ja die Staatsanleihen am Markt aufkaufen, die keiner mehr haben möchte. Dementsprechend ist auch die Bilanzsumme der US-Notenbank in der letzten Woche wieder um 90 Milliarden US-Dollar angewachsen. Wir sehen das hier an diesem roten Balken rechts. Das ist relativ viel im Vergleich der letzten zwölf Monate. Und wir sehen, es steht kurz davor, dass die US-Bilanzsumme erstmals 8 Billionen US-Dollar erreicht. Hier sehen wir die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve, beide in US-Dollar lautend. Und wir sehen hier, die EZB hat in den letzten Jahren seit 2010 deutlich mehr Geld gedruckt als die FED. Könnte einer der Hintergründe sein, warum der Euro jetzt unter Druck kommen könnte. Besonders zuletzt war die EZB auch sehr, sehr locker mit ihrer Geldpolitik und hat sehr viel gedruckt, wie wir hier sehen. Und das könnte dazu führen, dass es eine kurzzeitige Stärke beim Dollar geben wird. Die Konsumentenpreise in Europa steigen. Das neue Inflationsziel von durchschnittlich 2% ist eigentlich jetzt schon erreicht. In Deutschland sehen wir, dass die Konsumentenpreise im April um 1,98% zum Vorjahr gestiegen sind. Sogar die Bundesbank hält es mittlerweile für möglich, dass die Inflation auf 4% zum Jahresende ansteigen wird. Und das sehen wir ähnlich in den USA. Dort stiegen die Preise im April bereits um 4,2%. Und das ist der höchste Anstieg seit dem Jahr 2008, wie wir hier sehen, vor dem Einbruch des Immobilienmarktes, vor der Lehman-Pleite. Und hier kommt langsam Inflation rein. Das 70er Jahre in Starkflationsumfeld, das ich jetzt seit Jahren an die Wand gemalt habe. Weil ich wusste, die Notenbanken werden auf die nächste Krise sofort mit dem Drucken vom Geld reagieren. Nicht erst wie in 2008 die Märkte nochmal crashen lassen, sondern diesmal nach einer 10-jährigen Konjunkturscheinblüte sofort die Notenpresse anwerfen. Wusste ich, es wird zur Starkflation kommen. Man wird das über Inflation lösen, das Problem. Und genau das spielt sich jetzt langsam mal aus. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie die Konsumentenpreise noch stärker ansteigen werden. Wie die Zinsen ablässlich anfangen zu steigen. Wie die Aktienmärkte immer wieder mal Rücksetzer haben, aber dann inflationsbedingt wieder hochgehen werden. Das wird eine Achterbahnfahrt werden an den Aktienmärkten. Gut für Trader. Aber für die Hodler da draußen, für jene, die mit Bayern Hold unterwegs sind, die werden am Aktienmarkt in der nächsten Dekade nicht ihre Freude haben. Denn wie wir zum Schluss noch sehen werden, werden die Edelmetallpreise die Aktienmärkte höchstwahrscheinlich outperformen in der Zeit. Sie sehen hier einmal in diesem Chart die Konsumentenpreise einmal in schwarz. Das ist die aktuell veröffentlichte Rate seitens BLS in den USA. Also ein Anstieg um 4,2% zum Vorjahr im April. Aber diese obere Linie, die zeigt die Berechnungsmethode nach der alten Berechnungsmethode, die bis 1980 galt. Und wenn man die nimmt, die von shadowstats.com bis heute fortgeführt wird, dann sehen wir ein Print von 12,06% Inflation im April zum Vorjahr. Vor diesem Hintergrund macht der durchschnittliche Anstieg des Goldpreises in den letzten 20 Jahren von jährlich 10% viel mehr Sinn, wenn man diese Daten betrachtet. Das bedeutet, die schwarze Linie, die offiziell veröffentlichten Konsumentenpreise, das sind Unsinn, falsch. Aber wenn Sie sich die SGS Alternate Daten ansehen von Shadowstats nach der alten Berechnungsmethode, die bis 1980 galt, dann kommt das dem Anstieg des Goldpreises doch schon sehr nahe. Die 10-jährigen Zinsen in den USA mittlerweile wieder bei 1,6% und wenn wir hier die offizielle Inflationsrate abziehen, dann sehen Sie an der blauen Linie, dass die Realzinsen aktuell bei minus 2,53% notieren. Zieht man aber die Inflation der alten Berechnungsmethode von 1980 ab, dann sind wir bei einer realen Rendite von minus 10,4% für die 10-jährigen US-Staatsanleihen. In diesem Umfeld kann man am Anleihenmarkt nur sein Geld verlieren, dementsprechend darf man dort nicht zu Hause sein. Man muss eigentlich raus und umso stärker die Preise künftig ansteigen werden, wenn die Konsumentenpreise sich erstmal einige Zeit bei 4, 5, 6% halten und dort oben bleiben und die Märkte langsam verstehen, dass es nicht nur vorübergehend ist, wie es Jay Powell die ganze Zeit an die Wand malt, der immer sagt, es ist nur vorübergehend, man muss sich keine Sorgen machen, die Inflation wird nicht durchbrechen, die Inflation wird wieder sinken. Das sind Basiseffekte, ja. Wir hatten ein Tief der Konsumentenpreise im März 2020 nach dem Einbruch durch die ersten Lockdowns, aber das Ganze wird sich erstmal ausspielen. Womöglich werden die Konsumentenpreise sich erstmal hochhalten oder etwas zurückkommen, aber letztlich wird die massive Inflation der Geldmenge und besonders das Helikoptergeld, das ausgegeben wurde, sich auf die Preise ausdrücken. Das sehen wir bereits bei Bauholz beispielsweise, das massiv durch die Decke ging, von 300 Dollar auf 1700 Dollar angestiegen ist. Und das sind inflationäre Effekte. Das Geld, um all die Häuser zu kaufen, um all diese Nachfrage zu entfachen, wäre in einer normalen Krise mit einem deflationären Crash gar nicht vorhanden. Und erst das Drucken des Geldes macht diese Nachfrage möglich. Das ist also schon ein inflationärer Effekt, wenn dieser auch nur temporär sein wird. Also die Bauholzpreise und alles, was so stark gestiegen ist, wird wieder unter Druck kommen. Auch Kupfer hat bei 4,80 Dollar sein Hoch erstmal gefunden, kurzfristig sein Allzeithoch kurzzeitig überschritten und kommt jetzt wieder runter, nachdem sich der Kupferpreis seit dem Crash, die verdoppelt hat. Und das inmitten einer Rezession. Also wir sehen, dass billige Geld schwappt über die Märkte. Die Inflation wird dadurch angeheizt und letztlich führt es dazu, dass auch die Zinsen am Markt steigen. Wie verhält sich der Goldpreis in so einem Negativzinsumfeld? Und das sehen wir nochmal an dieser Magenta-Linie im Vergleich zum Goldpreis, die blaue Linie. Und wenn die Zinsen real negativ werden, dann baut sich Kaufdruck beim Goldpreis auf. Und das sehen wir, wie in den 2000er Jahren schon für sich massiv Kaufdruck aufgebaut hat, nachdem die Realzinsen seit Mitte der 90er Jahre bereits negativ waren. Im Jahr 2000 wurde das tief ausgebildet und seitdem stieg der Goldpreis dann enorm in einem realen Negativzinsumfeld. Und wenn Sie nur die offiziellen Daten anschauen, dann sehen Sie nicht diese positive Korrelation, wie wenn Sie die realen, richtigen Daten ansehen. Deshalb muss man solche Statistiken auch immer unterfragen. Und gerade die Regierungen haben natürlich ein massives Interesse daran, die Inflation bzw. die Teuerung so niedrig wie möglich auszuweisen. Denn je mehr Geld Sie drucken und über die Inflationssteuer stehlen, ohne dass es die Bürger merken, desto mehr Ausgaben können Sie finanzieren, desto mehr können Sie den Wohlfahrtsstaat finanzieren und die ganzen utopisch-dystopischen Projekte hier in der EU und in den USA finanzieren und vorantreiben. Der Bürger soll einfach nicht merken, dass er über die Inflationssteuer täglich, jährlich beraubt wird. Seine gesamte Ersparnisse auf die Lebenszeit gerechnet und im Alter dann mit leeren Händen dasteht. Aber die Rechnung für all das gedruckte Geld, die wird kommen und es gibt nur einen, der Sie bezahlen kann. Und das sind wir Bürger. Da kommen wir nicht aus. Das Geld wurde bereits gedrückt. Man kann sich nur noch in Sicherheit bringen und das Vermögen, das man hat, vor der Inflation schützen. Und das schaffen wir mit einem Investment in Gold, wie Sie hier sehen. Der Goldpreis wird hier nicht stehen bleiben, er wird weiter ansteigen. Im Langfristchart sehen wir das auch schön. Von 1 mal 35 Dollar ist der Goldpreis auf 2.075 Dollar hoch angestiegen und der US-Dollar hat in der gleichen Zeit massiv an Kaufkraft verloren. Das ist noch mit dem offiziellen CPI berechnet hier, aber nochmal 80 oder 90 Prozent runter in den nächsten Jahren. Das ist durchaus möglich, dass der US-Dollar so viel an Kaufkraft verlieren wird. Also je mehr die Währung an Kaufkraft verliert, desto stärker steigt der Goldpreis. Viele glauben, der Goldpreis wäre jetzt schon zu hoch nach dem massiven Anstieg. Wir sahen diese massive Rallye mit dem Ausbruch über 1.350 Dollar im Jahr 2019. Und als der Goldpreis dann mit der Rallye startete, als Insider und Smart Investoren im Vorfeld dieser Krise nach dem nächsten Konjunkturaufschwung der Geschichte, der über 10 Jahre andauerte, bereits in den Goldmarkt investiert hat. Da haben viele verstanden, dass die nächste Krise unmittelbar bevorsteht und dass diesmal die Notenbanken eingreifen werden, was wir auch schon an dem Eingriff am Repomarkt sahen. Damals im September 2019 war es, glaube ich. Und dann ging es massiv nach oben mit den Edelmetallpreisen. Also hier wurde einiges vorweggenommen. Deswegen auch jetzt die Korrektur nochmal auf das Vorkrisenniveau beim Goldpreis. Aber wenn wir den Goldpreis im Verhältnis der Geldmenge sehen und wir nehmen hier einfach die Geldmengenausweitung anhand der Bilanzsumme der US-Notenbank und das in Relation setzen zum Anstieg des Goldpreises, dann sehen wir einmal den Goldpreis hier in blau, ganz normal und dann einmal geteilt durch die Bilanzsumme der US-Notenbank und dann sehen wir, dass der Goldpreis erst einmal um das Fünffache ansteigen müsste, um das Allzeithoch aus dem Jahr 2008 wieder zu sehen. Und die Ausweitung der Geldmenge wird sich am Ende des Tages immer in steigende Konsumentenpreise auswirken und dann letztlich wird auch der Goldpreis ansteigen. Dementsprechend sehen wir hier das Potenzial, das sich gibt für die nächsten Jahre beim Goldpreis. Also Gold ist immer noch günstig im Verhältnis zu dieser massiven Geldmengenausweitung. Hier ist noch Luft nach oben vorhanden. Und wenn wir das jetzt mal ganz konservativ betrachten, den Goldpreis zurückrechnen mit der offiziellen Inflationsrate der CPIU, dann sehen wir, dass bei einem aktuellen Stand bei 1.770 Dollar das Allzeithoch damals in dem Bereich von 2.200 Dollar lag, 1980 damals bei 800 Dollar die Finanze. Nun ja, auch hier ist das Allzeithoch noch nicht erreicht, aber das sind ja nur diese offiziellen Zahlen. Nehmen wir jetzt mal die inoffiziellen Zahlen nach der alten Berechnungsmethode, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann müsste der Goldpreis um das Neunfache nochmal ansteigen vom aktuellen Niveau aus, um nur das Allzeithoch aus dem Jahr 1980 wieder zu erreichen. Und dementsprechend auch hier sehr, sehr viel Luft nach oben ist hier noch vorhanden. Und wann wird dieser Preisanstieg kommen? Dann, wenn die Investoren Angst bekommen und merken, dass Anleihen und Aktien keine Alternativen sind. Denn wenn die Konsumentenpreise erst einmal über längere Zeit auf hohem Niveau bleiben werden und vielleicht sogar noch anziehen, dann werden die Zinsen anfangen zu steigen, inflationsinduziert. Und die Notenbank muss anfangen, noch mehr zu kaufen. Und die Investoren werden langsam verstehen, dass sich alle Notenbanken weltweit in einer Zwickmühle befinden, in einer Interventionsspirale, aus der sie nicht mehr rauskommen. Sie können den Zinsanstieg dann nur noch managen, dass die Zinsen nicht sofort explodieren, sondern sie gemächlich ansteigen lassen, dass die Wirtschaft nicht sofort unter einem massiven Anstieg der Zinsen einbrechen wird, sondern gemächlich. Und wir werden eine lange, stark inflationäre Phase leben. Eine reale Rezession, die sich über die nächsten zehn Jahre hinziehen wird, werden wir gleichzeitig steigende Inflation haben. Und das ist das Schlechteste für den Bürger. Und verdanken haben wir das nur unserem lieben Staat und den Notenbanken, die beide müßig wie ein Kropf sind und die keiner braucht. Wir brauchen wertstabiles Geld. Wir brauchen eine Regierung, die sich zurückhält, das Geld beim Bürger lässt, niedrige Steuern, dass wir investieren können und einfach wirtschaften können, sodass die Wirtschaft wächst. Und alle wohlhabend werden. Handel bringt Freiheit und Frieden. Und da müssen wir hin. Regierungen und Notenbanken schaffen genau das Gegenteil. Und wo der Goldpreis in Euro hingehen wird und wo der Euro hingehen wird, das zeigt uns schon mal die türkische Lira, die in den letzten zehn Jahren eingebrochen war. Sie sehen, wie die türkische Lira hier einbricht. Der Staat in der Türkei, Erdogan, gibt zu viel Geld aus. Er verschuldet sich massiv. Er druckt Geld. Die Inflation ist enorm hoch. Und die türkische Lira geht den Bach runter. Und was macht der Goldpreis? Er steigt. Von 2.000 türkischen Lira auf mittlerweile wieder fast 16.000 türkische Lira. Wer in Gold investiert hat, der konnte sein Vermögen behalten und ist fein raus. Der hat immer noch seine Ersparnisse auf der Seite und kann gut leben. Aber wer auf den Staat und die türkische Lira gesetzt hat, der hat alles verloren. Und genau den gleichen Weg werden der Dollar und der Euro in den nächsten Jahren gehen. Bereiten Sie sich darauf vor, ein Investment in Gold und Silber ist unbedingt nötig, wenn Sie sich vor dieser Inflationssteuer und der Enteignung durch den Staat schützen wollen. Wie gerade vorhin schon angesprochen, werden die steigenden Zinsen dafür sorgen, dass die Unternehmen massive Probleme bekommen werden. Auch diese sind hoch verschuldet. Viele Unternehmen müssen sich dann zu höheren Zinsen refinanzieren. Einige werden dabei über den Jordan gehen. Bei vielen anderen werden die Gewinnmargen einfach zusammenschrumpfen. Und das in Kombination wird dafür sorgen, dass sich die Aktienmärkte real wie in den 70er Jahren in einem Bärenmarkt befinden werden. Nominal wird es womöglich sogar so sein, dass die Aktienmärkte ihre aktuell hohen Niveaus verteidigen können. Aber das Ganze wird ein volatiler Ritt werden, eine Achterbahnfahrt an diesen Märkten. Unterm Strich wird es heißen, außer Spesen nichts gewesen, denn die Edelmetallpreise werden in dieser Zeit deutlich ansteigen. Und deshalb erwarten wir, dass das Dow-Gold-Ratio auch wieder deutlich fällt. In dem Bereich von 5 bis 2, 1, wie wir es schon mal Ende der 70er Jahre hatten, im Jahr 1980. Also auch hier glaube ich, dass gerade in diesem steigenden Zinsumfeld die Investoren schon bald diesen Märkten in den Rücken kehren werden und in den Edelmetallsektor flüchten werden an alles, was inflationsgeschützt ist. Werfen wir heute mal einen kurzen Blick auf das physische Angebot und die physische Nachfrage am Platin- und Palladiummarkt. Hier sehen wir, dass es hier am Platinmarkt seit Jahren ein Überangebot gibt. Wir sehen das hier im Jahr 2020 ein Überangebot von fast 1,1 Millionen Unzen, im Jahr davor 2019 1,2 Millionen Unzen. Das Gesamtangebot durch die Minenproduktion belief sich im Jahr 2020 nur 4,9 Millionen Unzen im Vergleich zum Vorjahr von 6,1 Millionen Unzen. Das lag aber an den Lockdowns, dass viele Minen nicht produzieren konnten. Auf der anderen Seite hatte die Nachfrage aber auch abgenommen im Jahr 2020 von 4,8 Millionen Unzen im Jahr 2019 auf 3,8 Millionen Unzen im Jahr 2020. Das hat das wieder etwas ausgeglichen. Dort unterm Strich gab es ein Überangebot von 1,1 Millionen Unzen im Jahr 2020. Die Investmentnachfrage in ETF-Produkte war jedoch relativ hoch. Dort flossen 500 Millionen Unzen rein und das hat das Ganze etwas gerettet. Sonst wäre das Überangebot noch schlimmer gewesen. Also hier am Platin-Markt ist die Investmentnachfrage besonders wichtig, denn die reißt es in den letzten Jahren immer etwas raus. Hier fließt sehr viel Geld in die ETF-Produkte rein, was wir am Palladium-Markt jetzt aktuell so nicht sehen und auch nicht so sahen in den letzten Jahren. Denn Palladium stieg ja massiv an und im Gegenteil, viele nutzten diese gestiegenen Preise am Palladium-Markt, um Kasse zu machen und haben ihre ETF-Bestände wieder verkauft. Also ein Überangebot am Platin-Markt. Da sehen wir nochmal in diesem Chart hier schön einmal den Platin-Preis und dahinter gelegt das jährliche Überangebot oder Defizit. Und wir sehen, wie sich der Platin-Markt immer noch in einem Überangebot befindet. Das große Problem ist einmal die sinkende Nachfrage nach Dieselkraftfahrzeugen, dementsprechend weniger Nachfrage nach Platin für die Katalysatoren. Und was wir noch sehen, ist eine enorm abgenommene Schmucknachfrage, was wir auch hier nochmal sehen in diesem rot eingezeichneten Bereich, dass die Schmucknachfrage von 3 Millionen Unzen auf 1,7 Millionen Unzen nachgelassen hat. Während trotz des Wechsels von Diesel zu Benziner Nachfrage seitens der Automobilindustrie relativ stark geblieben ist. Also diese hat nur um 100.000 Unzen pro Jahr abgenommen im Vergleich zum Jahr 2013. Und das kann sich sehen lassen, also mehr Schmuck kaufen, Platin-Schmuck kaufen und dann klappt es vielleicht auch wieder mit dem Platin-Preis langfristig. Das ist etwas, was den Platin-Preis am Boden hält. Auf der anderen Seite sehen wir hier Palladium, hier sieht das Ganze genau gegensätzlich aus. Hier sehen wir ein Defizit im letzten Jahr schon vor den ETP-Verkäufen in Höhe von 220.000 Unzen und im Jahr 2019 sogar ein Defizit von 545.000 Unzen. All die letzten Jahre bis 2013 immer ein Defizit. Die Minenproduktion kommt einfach nicht nach. Wir sehen, die industrielle Nachfrage nimmt aufgrund des hohen Preises ab. Wir sahen es auf der anderen Seite bei den Platin-Daten, dass da die industrielle Nachfrage zugenommen hat. Hier gibt es Substitutionseffekte. Und die Nachfrage nach Katalysatoren für Benziner, die hat entsprechend hier jetzt deutlich zugenommen. Nämlich das, was früher vielleicht an die Dieselfahrzeuge gegangen wäre, haben jetzt die Benziner. Und hier hat die Nachfrage um 1,6 Millionen Unzen seit dem Jahr 2013 zugenommen. Und hier gibt es ein chronisches Defizit in diesem Markt, das diesen Preis treibt. Aber es gibt kaum Investmentnachfrage in ETF-Produkte, weil der Preis einfach schon so hoch ist und hier keiner mehr langfristig investieren will. Im Gegenteil, hier wird Kasse gemacht und man geht raus. Also das ist einer der Faktoren, warum Palladium so steigt und so stark gestiegen ist. Palladium zeigte bereits nach dem Hochhaus im Jahr 2010, 2011 enorme relative Stärke im Abverkauf auf 450 Euro-File-Unze. Den hatten wir als Kaufchance genutzt. Wir hatten damals empfohlen reinzugehen wegen der relativen Stärke, wegen dem Defizit am Markt. Und es ging in der Folge dessen rauf auf fast 3.000 Dollar aktuell. Es hängt ganz vom Angebot und Nachfrage ab. Sehen wir in den nächsten 10 Jahren eine Dezision, kann es schon sein, dass der ganze Markt wieder irgendwann ins Überangebot rutschen wird. Dann könnte auch der Palladium-Markt relativ zum Platin-Markt fallen. Die Investment-Nachfrage wird auch hier entscheidend sein. Aber wenn die Inflation aufkommt, womöglich gehen auch sehr viele Investoren dann in den Palladium-Markt rein, was wir aktuell aber noch nicht sehen. Dann werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick auf die Kryptowährungen. Die waren zuletzt stark angebrochen. Der Bitcoin hatte zuletzt ein Hoch bei ca. 62.000 Dollar ausgebildet und fiel in einem Crash nun auf unter 30.000 Dollar kurzzeitig. Jetzt stellen sich viele die Frage, ob es da schon war oder ob es noch weiter geht. Wir sehen hier zum Beispiel den Litecoin, der brach sogar um 70% ein. Während der Bitcoin seit seinem Hoch nur 50% einbüßen musste. Ethereum fiel allein an einem Tag um 40%. Unterm Strich auch 50% Verlust. Und Dash hatte sogar 75% verloren. Das ist ein Privacy-Coin. Wird in der realen Welt auch wirklich genutzt. Dash hat wirklich eine Utility und wird genutzt im Handel. Dort stehen auch jetzt wieder neue Entwicklungen aus. Hat langfristig eine gute Story. Ist eigentlich ein Unternehmen wie eine Aktie fast. Da ist eine Geschichte dahinter, das macht durchaus Sinn. Und ein noch besserer Privacy-Coin ist Monero. Und der hatte sogar sein Allzeithoch bei 450 Dollar wieder erreicht. Und ist seitdem wieder deutlich gecrasht. Im Tief sogar 65% im Minus. Und jetzt stellt sich die Frage eben, war es das? Geht es weiter nach diesem starken Rücksetzer, den man schon als Bärenmarkt bezeichnen könnte? Und das ist die vierte Blase am Kryptomarkt, die ich mitgemacht habe. Und in den drei Blasen davor gab es eigentlich immer so einen Blowout-Top. Das heißt, es ging schnurstracks nach oben. Und genauso, wie sich ein hoch ausgebildetes, brach der Preis erstmal wieder ein. Sowas, was wir jetzt sahen, dass der Preis über zwei, drei Monate an Momentum langsam verloren hat. Noch ein Force-Break nach oben gegeben hat. Und um dann nach unten auszubrechen, das ist das erste Mal, dass wir das so am Bitcoin-Markt sehen. Das ist ein Zeichen einmal von dieser Manier, aber auch, dass sehr viel Geld in diesem Markt mittlerweile drin ist. Wir sahen das besonders im März, April, dass man auf jedem Fernsehsender sah, wie viel Bitcoin geworben wurde. Und normalerweise sehen wir nach so einem Anstieg von 3.000 Dollar im Tief im März 2020 auf 60.000 Dollar, dass das schnurstracks nach oben geht und weiter steigen sollte. Aber langsam hatte der Anstieg an Schwung verloren. Und am Widerstand bei 60.000 Dollar, als dieser geknackt wurde, da hätte der Bitcoin deutlich anziehen müssen mit neuen Anschlusskäufen. Aber das passierte nicht. Und man sah, dass es einen Force-Break gab und der Preis einbrach. Und das war ein ganz, ganz großes Warnsignal, das ich auch kommuniziert hatte. Denn obwohl so viel Geld reingeht und so viele Wale gekauft haben, kam es zu keinen Anschlusskäufen. Und es zeigt eigentlich, dass es keine neuen Investoren mehr in diesem Markt gab. Und einige begonnen hatten, Gewinne mitzunehmen, hier auszucachen und viele Positionen verkauft haben. Es ging dann runter auf 50.000 Dollar, die wurden kürzhaftig unterschritten. Und dann ging es nochmal hoch, auch in dem Widerstand bei 60.000 Dollar. Und als es dann runterging auf 50.000 Dollar wieder, war klar, an dieser Nackenlinie hat sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Und dementsprechend gibt es ein Korrekturpotenzial auf 40.000 oder gar 30.000 Dollar in den nächsten Wochen. Sobald diese Nackenlinie bricht, das haben wir ja rechtzeitig erkannt. Und es ging dann relativ schnell nach unten. Und das Ganze, wie sich das massenpsychologisch darstellt, mit diesem Hoch, mit dieser sozialen Infektion des Marktes, dass jeder dabei ist, dass viele Fonds investieren, die immer eigentlich zu spät dran sind, immer als letztes irgendwo trendfolgend reingehen, das sind alles Anzeichen dafür, dass es das erstmal war und es einen Kryptowinter geben sollte. Und so ein Winter, wie Sie hier sehen, der kann durchaus ein, zwei Jahre andauern. Auch nach dem Hoch im Jahr 2017 ging es erstmal 15 Monate nach unten. Bevor alle, die zugehebelt drin waren, rausgeschüttelt wurden, viele, die Hoffnung verloren haben und keiner mehr geglaubt hatte, dass der Bitcoin nochmal einen Anstieg hinlegen würde, da waren dann alle zittrigen Hände draußen, nur noch die Hodler waren in diesem Markt unterwegs, die überzeugten Investoren. Und danach kamen wieder Spekulationen rein und der Preis ging wieder nach oben. Und es sieht fast danach aus, als wäre es das erste Mal gewesen. Also wer in den Bitcoin-Markt oder Kryptos an sich investiert, der muss wirklich wissen, was er tut. Denn der Bitcoin konnte zwar immer neue Hochs machen, aber wie Sie gesehen haben, die Altcoins und selbst die guten unter diesen, bei denen war es nicht immer möglich. Ethereum, sagt man schon, würde dem Bitcoin den Rang ablaufen womöglich. Das bedeutet, Bitcoin wird nicht mehr der Nummer 1 sein. Und wenn dann das Geld aus dem Bitcoin rein in Ethereum fließt oder vielleicht in eine andere Kryptowährung oder Token kommen, die noch besser sind, wo steht dann der Bitcoin? Das heißt, es ist kein sicheres Investment. Und wenn Sie Ihr Vermögen schützen wollen, dann müssen Sie in Gold und Silber gehen. Nur da sind Sie sicher. Da haben Sie eine niedrige Volatilität. Sie wissen, dass Sie Ihr Vermögen erhalten werden fürs Alter, was beim Bitcoin nicht sichergestellt ist. Ich liebe den Währungswertbewert. Ich finde Kryptowährungen super. Eine Spekulation ist es wert, wenn das Ganze mal wieder gefallen ist und deutlich günstiger ist. Zum Beispiel dieser Einbruch um 50% oder 75% teilweise. Das waren Einladungen, um mal reinzugreifen und zu kaufen. Für Trader ist es ein toller Markt. Aber für den 0815 Anleger, der einfach nur sein Vermögen vor der Inflation in Sicherheit bringen will, da sollte man doch lieber in Edelmetalle investieren. Und wenn man dann sagt, okay, ich nehme 5% meines Vermögens und gehe in Kryptowährungen rein, mal nach dem Rücksetzer, okay, das ist in Ordnung. Aber All-In im Kryptomarkt nicht. Hier sind Gold und Silber die erste Wahl. Kommen wir als nächstes zu der technischen Analyse zu Gold, Silber, Platin und Palladium sowie dem HUI Goldminenindex. Die Terminmarktdaten für Gold seitens der US-Terminmarktaufsicht CFTC mit ihrem Commitments of Traders Report haben sich nicht besonders verschlechtert in den letzten zwei Monaten. Das ist gut. Das bedeutet, dass der Preis auch durch ein physisches Defizit am Markt getrieben wurde. Das heißt, die Investmentnachfrage in ETF-Produkte war wahrscheinlich hoch an dieser Stelle und es kam zu einem Defizit. Denn allein Spekulant über den Terminmarkt war nicht hierfür verantwortlich. Und das ist gut zu sehen. Das bedeutet, es könnte grundsätzlich weitergehen. Und das Potenzial für einen Rücksetzer für den kurzzeitigen Long-Drop am Terminmarkt ist relativ gering. Das hier ist sehr kryptisch für die meisten Investoren. Deswegen habe ich noch eine einfache Darstellung der Daten, die wir in diesem Chart sehen. Hier sehen Sie, dass die Daten noch nicht im grünen oder gelben Bereich angekommen sind, sondern gerade dort, wo der rote Bereich in den gelben Bereich übergeht. Normalerweise in einem stabilen Marktumfeld, ohne eine Krise, ohne dass die Staaten sich massiv verschulden und die Notenbanken diese Schulden monetarisieren, würden wir in diesem Umfeld noch nicht kaufen. Denn das würde bedeuten, dass der Markt noch zu stark spekulativ getrieben ist. Aber wie wir schon in der Phase von 2009 bis 2011, 2012 sahen, ist es so in einem übergeordneten Bullenmarkt, wenn es hier ein QI-Umfeld gibt mit hoher Inflation und dergleichen, das den Markt nach oben treibt und die Investmentnachfrage stark bleibt, dann ist eine Bereinigung hier am Terminmarkt um etwa 200.000 Kontrakte seit dem Hoch hier schon sehr gut. Das bedeutet, es wurden genügend Spekulanten aus dem Markt gekegelt. Das Long-Drop-Potenzial ist begrenzt und es kann von hier aus wieder nach oben gehen. Dementsprechend ging es auch zuletzt nach oben. Die Manipulation bei dem Big 4, die mutmaßliche, die war zuletzt, wie Sie hier sehen, wieder stärker. Das wundert mich nicht bei dem physischen Defizit. Hier war der Preis sehr, sehr stark und hier hat man scheinbar etwas ausgebremst, damit es nicht zu schnell nach oben ging an einigen Marken. Hier sehen wir den Anstieg des Goldpreises seit Anfang April um ziemlich genau 200 US-Dollar. Mit Trendbruch gab es das erste prozyklische technische Kaufsignal, das wir angenommen haben. Es ging dann rauf bis zum Widerstand bei 1.800 Dollar. Hier kam es zum nächsten Kaufsignal. Die Coddaten hier im Vorfeld zeigten uns nochmal, dass es wahrscheinlich zu einem Ausbruch kommen würde. Letztlich ging es dann nach oben zum nächsten Widerstand bei 1.870 Dollar. Dazwischen wurde noch einmal eine Bullenflagge bullisch aufgelöst. Und jetzt am Widerstand bei 1.870 Dollar geht es im Moment erstmal nicht weiter. Über diese Marke, wenn jetzt diese Konsolidierungsformation bullisch aufgelöst werden sollte mit Preisen über 1.890 Dollar, ist der Weg frei bis 1.960 Dollar. Hier muss man sich dann aber doch die Frage stellen spätestens, ob es nicht erstmal zu einer deutlichen Zwischenkorrektur kommt, bevor es weiter nach oben geht. Alternativ könnte der Goldpreis jetzt am Widerstand bei 1.870 US-Dollar bereits scheitern und korrigieren bis zu dem Bereich von 1.840 Dollar oder gar 1.800 Dollar. Und erstmal in dieser Handelsspanne verharren über einige Wochen, um dann mit neuer Kraft nach oben auszubrechen. Steigende Zinsen, ein womöglich stärkerer Dollar, sind ein Problem für den Goldpreis. Zumindest kurzfristig. Langfristig wird der Goldpreis mit steigenden Zinsen, da diese inflationsinduziert sind, deutlich ansteigen in der Stagflation. Aber kurzfristig kann das mal ein Problem sein. Da kann der Goldpreis kurzzeitig unter Druck kommen. Und danach geht es weiter. Grundsätzlich sind wir weiterhin sehr bullish. Aber aktuell achten wir ganz genau auf diese Marke bei 1.870 Dollar. Wir sehen das hier nochmal schön im Tagesschart. Diese Rücksätze an diesen langfristigen Aufwärtstrend. Ein Forcebreak nach unten mit dem Test bei 1.680 Dollar. Dann ein doppeltes Tief. Und danach der Trendbruch mit einem neuen Kaufsignal. Und seitdem ging es eben um 200 Dollar nach oben. Auch im Tagesschart ist das schön zu sehen. Grundsätzlich liegt der nächste signifikante Widerstand erst bei 1.960 Dollar. Also es ist nicht auszuschließen, dass es gleich über 1.870 geht Richtung 1.960 Dollar. Doch dort dürfte es erst einmal kurzzeitig zu Gewinnmitnahmen seitens der Spekulanten kommen. Der eine oder andere, der gehebelte Markt drin ist, sollte doch dann erstmal ein Take Profit machen. Und mal den Rücksetzer abwarten, um dann wieder einzusteigen, etwas günstiger. Und dann weiter nach oben zu fahren. Wir sind für das nächste Jahr sehr bullish. Wobei ich für den Sommer noch eher seitwärts laufende Preise erwarte. Aber mal sehen, wie es der Markt möchte. Der Goldpreis in Euro hat eben auch zuletzt sein Kaufsignal geliefert. Der Abwärtstrend wurde gebrochen und dann der Widerstand bei 1.500 Euro genommen. Das war ein Kreuzwiderstand. Den geils zu überwinden. Und damit haben langfristige Investoren ein prozyklisches Kaufsignal bekommen. Wir hatten bereits ein antizyklisches Kaufsignal mit dem Rückgang auf ca. 1.400 Euro. Den hatten wir so erwartet. Und hier hatte ich langfristige und mittelfristige Investoren empfohlen, in den Markt einzusteigen. Das war dieses letzte Tief. Und jetzt haben wir das prozyklische Kaufsignal. Und jetzt ist es safe. Der Stopp-Loss bei Gold in Euro liegt bei 1.500 Euro. Die Terminmarktdaten für Silber sind nicht so gut wie die beim Gold. Die Terminmarktdaten für Gold haben sich ja deutlich bereinigt und zeigen Stärke. Beim Silber sehen wir das nicht. Hier wurde zuletzt der Preis sehr stark durch Spekulanten getrieben. Und wenn so viel Spekulation an einem Markt vorhanden ist, dann kann ein exogener Faktor oder ein Überangebot am physischen Markt, auch wenn dieses nur über einige Wochen besteht, dazu führen, dass es zu einem Long Drop am Terminmarkt mit einem schnellen Preisrücksetzer kommt. Und das ist eine Gefahr. Das heißt, hier ist die Warnlamp beruht für einen kurzfristigen Rücksetzer. Der kann jederzeit eintreten. Der kann auch stark sein. Bedeutet aber nicht, dass es nicht weiter nach oben gehen kann. Im Moment, denn es zeigt sich immer noch ein Defizit in diesem Markt. Der Preis war zuletzt in den letzten Wochen sehr, sehr stark. Das zeigen die Code-Daten und dementsprechend kann es durchaus weitergehen. Das hängt jetzt ganz vom Goldpreis ab. Hier haben wir die mutmaßliche Manipulation seitens der großen vier Händler am Terminmarkt. Und hier sehen wir keine große Manipulation. Das ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass es nicht nötig ist, hier den Silberpreis auszubremsen. Aber wir sehen, der kratzt wieder am Widerstand bei 28 Dollar. Wird mich nicht wundern, wenn jetzt vielleicht hier an diesem Widerstand, wenn sich hier etwas tut und wir das im nächsten Code-Report sehen werden. Hier haben wir den Tagesschart für Silber und hier sehen Sie nochmal die Handelsspanne zwischen 28 Dollar auf der Oberseite und 22 Dollar auf der Unterseite. Antizyklische Käufe sollte man tätigen im Bereich von 22 Dollar bis 20 Dollar. Prozyklische Käufe kann man erst machen über 28 Dollar, wer etwas mittelfristig unterwegs ist und dann dort seinen Stopp loss setzen. Über 28 Dollar wäre der Weg frei bis zum nächsten Widerstand bei 36 Dollar und darüber bis 48 Dollar. Dieses Ziel bei 48 Dollar haben wir im Blick auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate. Hierbei sind wir sehr, sehr bullisch. Wir sehen auch hier diesen Chart, der zeigt Stärke. Wenn das hier noch umausbrechen sollte, wäre das sehr, sehr bullisch. Kurzfristig bleibt jedoch die Frage, ob es nicht zu einem Rücksetzer kommt und diese Handelsspanne zwischen 28 Dollar auf der Oberseite und 22 Dollar auf der Unterseite erstmal noch einige Wochen intakt bleiben wird. Das Ganze sehen wir hier nochmal im Tagesschart, im Kaufsignal mit dem Trendbruch. Das Kaufsignal kam gleichzeitig mit den Kaufsignalen beim Gold. Jetzt ging es hoch bis auf 28 Dollar. Der Aufwärtstrend ist noch intakt, aber Vorsicht, bricht der Aufwärtstrend, wird es ein kurzfristiges Verkaufssignal geben. Und da es hier eine extreme Spekulation am Terminmarkt gibt, kann es hier auch zu einem schnellen Preisrücksetzer in Form eines Long Drops kommen und dann kann es nochmal schnell runtergehen Richtung 23, 22 Dollar. Auf der anderen Seite über 28 Dollar, wenn jetzt der Widerstand genommen werden kann, dann würden wir hier bei 28 Dollar den Stopp loslegen, nachziehen und dann freuen wir uns über ein schnelles Erreichen, 30 Dollar, womöglich ein neues Mehrjahreshoch. Hier sehen wir das Ganze nochmal im Kurzfristchart, den kurzfristigen Aufwärtstrend nach dem Trendbruch. Hier gab es mehrere Kaufsignale. Wenn man etwas reinzoomt, da sind wir mit mehreren Positionen reingegangen und haben jetzt bei 28 Dollar etwas Profit mitgenommen, sind aber sehr vorsichtig. Soll es über 28 Dollar nach oben gehen und der Goldpreis auch ausbrechen können, jetzt im Verlauf der Woche. Zeitpunkt der Aufzeichnung hier ist der Montagnachmittag und im Moment halten diese Marken noch. Aber es kann im Wochenverlauf durchaus darüber gehen. Es hängt von ein paar exogenen Faktoren ab, was sich am Aktienmarkt tut, am Zinsmarkt usw. Aber das bleibt zu beobachten. Der Silberpreis in Euro hat auch den signifikanten Widerstand erreicht bei 23 Dollar. Auch hier ist ein Aufwärtstrend intakt. Hält dieser Widerstand, bricht der Aufwärtstrend, würde das das Signal für den kurzzeitigen Take-Profit geben. Die Unterseite dieser Handelsspanne liegt bei 18,50. Hier hatte ich bei 18,50 mit diesen zwei Rücksetzern, die wir im letzten Jahr sahen, bereits zum Kauf geraten. Wir hatten hier antizyklisch gekauft mit meinen Abonnenten und wir sind hier long gegangen. Wir haben diese Rücksetzer genutzt und waren zuvor auf der Short-Seite. Das ist ganz wichtig, sonst hat man gar keine Liquidität, um dort kaufen zu können. Und wir sehen, dass das letzte Tief höher war. Und das ist ein Zeichen von Stärke. Es könnte durchaus sein, dass es über 23 Euro nach oben geht. Achten Sie aber auf diesen Aufwärtstrend. Palladium zeigte sich in den letzten Monaten sehr, sehr stark. Es ging erst mal fast neun Monate seitwärts beim Palladium-Markt. Es tat sich nichts. Nachdem der Goldpreis seine Korrektur abgeschlossen hatte, ging es dann nach oben. Aber zuvor zeigte es sich schon deutliche Stärke. Der Palladium-Preis kam nicht deutlich unter Druck. Die Koddaten zeigten sich stark, waren völlig überverkauft. Jeder hatte mit einem Einbruch von Palladium in einer Rezession in dieser Stagflation gerechnet. Der kam aber nicht. Das zeigte, dass es ein Defizit am physischen Markt gibt und die Investmentnachfrage hoch ist. Und dementsprechend ging es danach, nachdem sich die Gefahr eines weiteren Rücksetzers aufgelöst hatte, nach oben. Und es kam zum deutlichen Anstieg. Und auch dieser Anstieg war eher durch den physischen Markt getrieben und nicht so sehr durch Spekulanten. Also auch hier sind die Koddaten eigentlich noch ziemlich gut und hier gibt es viel Luft nach oben. Das sagt uns im Trading, dass alle Rücksetzer hier jetzt Kaufchancen sind nach dieser Trendwende. Es gab ein Kaufsignal mit dem Anstieg über 2.500 Dollar mit dem Ziel bei 2.900 Dollar. Hier kam es zum kurzzeitigen Überschießen. Dann wurde der Aufwärtszent gebrochen und mit dem Rücksetzer unter 2.900 Dollar gab es das Signal für den Take Profit. Jetzt geht es aktuell nach unten und sollte es mit einer Korrektur womöglich beim Gold und Silber zu einem Rücksetzer auf 2.500 Dollar kommen, dann ist das eine gute antizyklische Kaufchance, wenn die Terminmarktdaten weiterhin relative Stärke zeigen. Und davon gehe ich aus, dass sich da so kurzfristig nichts ändern wird. Beim Platin sieht die Sache ganz anders aus als beim Palladium. Hier zeigt sich Schwäche im Markt und wir sehen, dass die Koddaten hier auf einem extremen Niveau sind. Der Markt ist massiv überkauft. Die Spekulanten haben versucht, den Preis nach oben zu treiben, aber es gelange nicht, wie Sie hier sehen. Der Preis hatte sich eingekeilt und obwohl der Preis über 1.240 Dollar stieg, was mal ein Widerstand war, konnte er nicht wirklich am Momentum gewinnen und das, obwohl Gold und Silber richtig angezogen haben und das zeigt Schwäche. Und dann war es klar, Koddaten schlecht, massives Long-Drop-Potenzial, relative Schwäche zu Gold und Silber in ihrem Anstieg, dass es hier dann zu einem Long-Drop oder zu einem Rücksetzer kommen sollte. Wir waren sehr bärisch, der Aufwässer wurde gebrochen und jetzt kommen verschiedene Unterstützungsmarken in unseren Fokus. Das ist einmal die Unterstützung bei 1.140 Dollar, darunter bei 1.060 Dollar und sogar bei 1.000 Dollar. Spätestens bei 1.000 Dollar dürfte sich jegliche Korrektur bereinigt haben und wir würden hier kaufen. Da die Terminmarktdaten so schlecht sind und sich zuletzt Schwäche zeigte, ist sogar ein Rücksetzer auf 1.000 Dollar kurzzeitig noch einmal nicht auszuschließen. Hier im Tagesschart sehen Sie, dass bei ungefähr 1.000 Dollar hier auch ein etwas längerfristiger Aufwärtstrend verläuft. Und dann würde das auch wieder ganz gut zusammenpassen. Also ein Rücksetzer an diese Kreuzunterstützung, 1.000 Dollar mit Aufwärtstrend wäre ein ideales Kaufsetup. Soll es da zurückgehen in den nächsten vier Wochen, erinnern Sie sich daran, hier mit vollen Händen reingreifen, zumindest im Trading und dann erst einmal eine Position kaufen. Wir sind dann sehr, sehr bullish und versuchen hier auf die Long-Seite zu gehen. Macht auch Sinn hier eine mittel- bis langfristige Position aufzubauen, vielleicht sogar eine strategische Position, in der man einfach nochmal ein paar Münzen kauft. Womöglich gibt es langfristig sich die nächsten Jahre sehr, sehr viel Potenzial beim Platin, da viele Investoren aufgrund eines drohenden Goldverbots womöglich in Platin reingehen werden. Ein sehr kleiner, enger Markt, der industriell primär genutzt wird und hier könnte es dann sein, dass viele dort versuchen, ihr Geld zu parken, könnte zu einem physischen Defizit über mehrere Jahre führen und das den Platinpreis massiv nach oben treiben. Also hier gibt es in dieser kommenden Krise, die jetzt erst im nächsten Jahr anfangen wird, mit einer großen Pleitewelle sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Hier haben wir nochmal den Langfristchart für Platin, auch hier sehen wir, nach diesem Anstieg auf 1.350 Dollar haben wir mit einem Rücksetzer gerechnet, im Bereich von 1.100 bis 1.000 Dollar. Ein Rücksetzer auf 1.100 Dollar wäre auch hier ein schöner Pullback, danach könnte es weitergehen. Also auch hier würde das ganz gut ins Bild passen. Ist jetzt ein wahrscheinliches und mögliches Szenario. Wichtig ist, dass der Goldpreis unter 1.870 Dollar bleibt. Steigt der Goldpreis über 1.870 Dollar an und steigt in der Folge auf 1.960 Dollar an, dann ist es wahrscheinlich, dass Platin sich erstmal noch kurz für sich halten kann. Aber wenn es dann die Spekulanten nicht schaffen, den Preis nach oben zu treiben, ist die Luft raus und dann kommt es zur Korrektur. Und hier haben wir den Howie Gold Minindex. Dieser stieg zuletzt um 30% an seit unserem Kaufsignal bei 250 Punkten im Howie Gold Minindex. Wir hatten bei 350, 360 Punkten die Gewinne mitgenommen und einen Rücksetzer auf 280 Punkte erwartet. Wir haben bei 280 Punkte die Hälfte eingedeckt. Da sich noch Schwäche zeigte, hatten wir das Kursziel erweitert auf 250 Punkte und dort dann die andere Hälfte eingedeckt. Und zuletzt ging es sogar rauf bis auf 320 Punkte. Wir sind sehr, sehr bullish für Howie für die nächsten Jahre. Kurzzeitig, wenn der Widerstand bei Gold bei erst 1.870 Dollar hält und es über den Sommer vielleicht erstmal noch eine Streckfolter beim Gold geben sollte, dann ist auch möglich, dass die Minen nochmal unter Druck kommen. Aber einen Rücksetzer auf unter 250 Punkte sehe ich schon als eher unwahrscheinlich an. Langfristig sehen wir hier sehr viel Potenzial. Ein Anstieg auf 600 Punkte und das ist das alte Hoch des Jahres 2011. Wobei wir aktuell ein massives inflationäres Umfeld haben. Ein Goldpreis, der viel, viel höher steht als damals und dementsprechend auch mehr Potenzial. Das bedeutet, dass das nächste Allzeithoch in einigen Jahren bei den Minen nicht bei 600 Punkten sein wird, sondern womöglich bei 2400 Punkten aufgrund der Geldmengenausweitung, aufgrund der Inflation vielleicht auch deutlich höher. Dementsprechend ist dieser Bullenmarkt hier bei den Minen erst in seinen Kinderschuhen und wir sind hier sehr, sehr bullish. Der Minenmarkt ist jedoch extrem volatil und man muss auch mal hier Gewinne mitnehmen. Wer aber das Trading gewohnt ist und nach dem starken Anstieg auch in der Lage ist, mal ein Take-Profit zu machen, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen und dann in der Panik wieder zu kaufen, der ist in diesem Markt genau richtig. Hohe Volatilität, ein toller Markt fürs Trading mit sehr viel Potenzial auf sich die nächsten Jahre. Auch für jene, die eher kaufen und halten wollen. Aber dann darf man keine Nerven haben, denn die Volatilität in diesem Markt ist teilweise sehr, sehr hoch. Erleben Sie auf dem SOLID-Werte-Kongress 2021 in Wiesbaden ein Feuerwerk der Kompetenz mit Dr. Hans-Werner Sinn, Prof. Ottmar Issing, Prof. Max Otte, Dr. Daniel Stelter, Dr. Daniele Ganser, Marc Friedrich, sowie den Geschäftsführern und Gründern von SOLID, Robert Wittier und Tim Schieferstein. Erstmals ist es auch möglich, ein Livestream-Ticket zu erwerben, um von überall aus der Welt an dem Kongress teilzunehmen. Bestellen Sie die Tickets für diesen hochkarätigen Event noch heute unter www.goforgold.de Haben Sie schon unsere SOLID-App auf Ihrem Smartphone installiert? Sie finden diese einfach im Apple App Store oder im Google Play Store. Darin finden Sie unsere Marktkommentare, Videos, News, sowie Charts und Ratios zu den Edelmetallen. Wenn Sie ein Depot bei uns haben, können Sie über die App Ihre Investments auch ganz einfach verwalten. Wenn Sie physische Edelmetalle in Form von Münzen oder Bahnen kaufen wollen, dann sind Sie bei unserem Online-Handel goldsilbershop.de genau richtig. Mehrere Jahre in Folge wurden wir von Focus Money als bester Edelmetallhändler Deutschlands in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Wir haben faire Preise, alle gängigen Münzen, versenden sicher und schnell und Sie können in über 100 Standorten Barkäufe tätigen. Kaufen Sie nicht irgendwo, kaufen Sie beim Besten. Und sollten Sie einmal in Mainz sein, dann besuchen Sie uns doch einfach in unserer repräsentativen Filiale. Wir kaufen dort Ihre Münzen an, haben immer eine große Auswahl an Bahnen und Münzen vor Ort und es gibt einen Drive-In-Schalter für sicheres und anonymes Beladen. Das nächste Webinar gibt es in einem Monat. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments. Bis bald und alles Gute. Das nächste Webinar gibt es in einem Monat.